Für viele Rentner ist die pünktliche Rentenzahlung überlebenswichtig. Doch was tun, wenn es hakt? Besonders in einem Land, in dem 2023 fast 20% der Rentner von Armut bedroht waren, ist jede Verzögerung eine Katastrophe. Deshalb sollten Sie wissen, welche Fehler Sie vermeiden müssen, um die pünktliche Auszahlung Ihrer Rente sicherzustellen. Ob Rentenantrag, Umzug oder Bankwechsel, ich zeige Ihnen, worauf Sie unbedingt achten müssen, damit Ihr Geld rechtzeitig auf dem Konto ist. Hallo zusammen, liebe Zuschauer, ich bin Jutta Martin. Lassen Sie gern ein Abo da und schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Sichern Sie sich auch eine Gratisanleitung unter diesem Video. Es beginnt ja schon mit dem Rentenantrag. Wird er zu spät gestellt, kommt es bereits bei der ersten Zahlung zu Verzögerungen. Die Deutsche Rentenversicherung empfiehlt, den Antrag mindestens drei Monate vor Rentenbeginn zu stellen. In einigen Fällen kann es schon mal bis zu sechs Monate dauern. Erst wenn die Unterlagen vollständig sind, also alle Unterlagen komplett zusammen sind, kann der Rentenantrag bearbeitet werden. Auch Rentner ziehen ab und zu noch um oder wechseln die Bank. Eine neue Adresse oder Bankverbindung müssen der Deutschen Post AG unverzüglich mitgeteilt werden. Nur so vermeiden Sie Unterbrechungen bei der Zahlung Ihrer Rente. Bedenken Sie, dass auch technische Störungen oder Feiertage ebenfalls zu Verzögerungen führen können. Überwiesen wird die Rente in der Regel am letzten Bankarbeitstag. Es kann dann aber auch bis 23.59 Uhr dauern, bis das Geld auf dem Konto ist. Sollte eine Zahlung mal ausbleiben, können sich Betroffene unter Angabe der Postrentennummer schriftlich an die Deutsche Post AG wenden. Zwei weitere Möglichkeiten erkläre ich gleich noch. Ja, was ist die Postrentennummer? Die Postrentennummer ist 17-stellig und somit länger als die Rentenversicherungsnummer. Die Rentenversicherungsnummer ist identisch mit der früher verwendeten Sozialversicherungsnummer. Die ersten drei Ziffern der Postrentennummer stellen die PANR dar. Das ist Ihre Postabrechnungsnummer. Es folgen 14 weitere Ziffern, die die PRNR darstellen. Das ist die Postrentennummer. Wo finden Sie diese 17-stellige Nummer? Die steht zum Beispiel auf Ihrer letzten Mitteilung zur Rentenanpassung oder auch auf jedem Kontoauszug. Vor der 17-stelligen Nummer steht PANR auf dem Kontoauszug. Wenn ein Brief nicht zugestellt werden kann, stoppt der Rentenservice die Zahlung. Das passiert, wenn zum Beispiel sich die Adresse geändert hat. Am schnellsten können Sie eine Änderung online auf der Webseite des Rentenservices mitteilen. Den Link dazu finden Sie unter diesem Video. Eine weitere Möglichkeit ist über mein Kundenportal auf der Webseite der Deutschen Rentenversicherung. Dort können Sie unter dem Punkt persönliche Daten ändern Ihre Eingaben durchführen. Und die dritte Möglichkeit ist der bereits erwähnte Postweg. Formulare gibt es bei der Postfiliale. Den Brief schicken Sie dann an Deutsche Post AG 13497 Berlin, wenn Sie Ihre Rente in Deutschland erhalten. Pro Jahr werden etwa 2,7 Millionen Änderungen von Daten durchgeführt. Das ist schon ordentlich. Deshalb achten Sie bitte unbedingt auf die verschiedenen Nummern, damit nichts schief geht. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Also es gibt die Rentenversicherungsnummer, die Postabrechnungsnummer und die Postrentennummer. Die Nummer Ihrer Krankenversicherung hat damit überhaupt nichts zu tun. Das denken leider viele. Bitte informieren Sie die Deutsche Post AG unverzüglich bei Änderungen und schieben Sie es nicht auf die lange Bank. Ja, liebe Zuschauer, das waren heute meine wichtigen Informationen für Sie. Schauen Sie sich auch das Video ja über den Rentenantrag an. Es hat den Titel Rentenberatung vor Renteneintritt. Wer hilft wie weiter? Bis zum nächsten Video. Alles Gute, Ihre Jutta Martin.